Hier ist Christian von eBike News, wir sind der Bestand von TransX und es gibt einige Neuigkeiten auf dem Stand. Was sind das denn für Neuigkeiten? Ja, hallo, wir sind hier auf dem TransX Stand und ich möchte hier jetzt einfach mal ganz gerne schon mal zuerst das Gryphon eBike, das neue Mountainbike-Konzept von TransX BST vorstellen. Das ganz Neue mit dabei ist, wir haben hier ein komplettes neues Rahmenkonzept, wo die zentralen Antriebskomponenten integriert sind. Wir haben hier die zentrale Batterie, die sich um das Sattelrohr herum integriert und vor allem den zentralen Motor, den Mittelmotor. Ganz wichtig hierbei ist, mit sehr stark bis zu 70 Newtonmeter Spitzendrehmoment und er kann bis zu drei Kettenblätter vorne aufnehmen, was einem bei einer Kettenschaltung bis zu 30 Gänge ermöglicht. Das ist gerade für sportlich orientierte Mountainbikes sehr wichtig. Des Weiteren kann der Mittelmotor aber auch in Cityräder integriert werden und zum Beispiel auch in Kombination mit einer Namenschaltung verwendet werden. Was hat der für eine Leistung? Also nominal haben wir hier 25 Newtonmeter, Spitzendrehmoment ist allerdings bis zu 70 Newtonmeter. Das ist sehr kraftvoll, aber genau deswegen hat sich JD auch was einfallen lassen und zwar wir sehen hier vorne eine Motordrossel-Einheit, eine Schalteinheit, die während des Schaltens den Motor runterdrosselt, damit nicht die Spitzendrehmomente direkt auf die Kette übertragen werden und dadurch, dass das Kettenblatt oder die Schaltung in Leidenschaft gerät. Hat sich was an der Konsole dann geändert? An der Konsole hat sich an sich nichts geändert. Wir haben hier wie gesagt, wir haben jetzt hier das neue DP-09-Display. Das ist eigentlich sehr, sehr formschön mit dabei. Kann auch separat durch ein separates Bedienelement bedient werden. Hier haben aber die OEMs auch nach wie vor die Flexibilität, unterschiedliche Displays zu verwenden. Gut, vielen Dank. Sehr gerne.